moin und herzlich willkommen zu 909 in rohsdorf tagesausgabe der formation steder am donnerstag dem 18 dezember 2014 und sportnachricht des tages ditmar hopp bekommt von der dfl eine ausnahmegenehmigung und darf die alleinige mehrheit wie heißt dieser verein kann nicht so wichtig sein hoffenheim übernehmen das heißt die 50 plus 1 regel gilt nicht für herrn hopp begründung ist dass er gefühlte 500 jahre schon in diesem verein ist und sehr viel geld reingesteckt hat und so weiter und so fort wenn sie häufig genug unsere ausgaben schauen dann wissen sie ich bin ja anhänger des erfolgreichsten und beliebtesten fußballklubs weltweit hannover 96 und da versuchte unser präsident herr kind ja auch schon ganz lange eine ausnahmeregelung zu bekommen und mehr als 50 prozent der einteilung von hannover 96 zu bekommen aber da sagt die dfl nein was ich ja auch gut finde jetzt kriegt ditmar hopp die ausnahmeregelung dann kriegst vfl wolfsburg und dann kriegst bayer leverkusen und dann kriegst red bull ja und dann weiß ich nicht wird es vielleicht dann doch noch englisch was die verhältnisse angeht wir lassen uns überraschen und schauen auf die rohstoffe liste gestern waren auch die edelmetalle fuji heute hui palladium plus 1,4 silber plus 1,1 zwischenzeitlich über zwei prozent gold plus 0,36 auch zwischenzeitlich über ein prozent in plus platin ein bisschen im minus und die energiewerte geraten unter druck gut minus 1,2 prozent zwischenzeitlich hatten wir hier plus 1,9 prozent zwei prozent rudy karel würde sagen eben noch der star und schon hier auf der abstiegsbühne aerob gasoline und cool brand verzeihen sie bitte ebenfalls entsprechend unter druck ich bin ja nicht so der saisonalität typ aber selbst ich weiß es dass die letzten tage im dezember eigentlich für gold hilfreich sind und dass der us dollar dann in dieser zeit eher unter druck gerät das würde dann auch passen zu dem was wir hier gerade bei gold über die stunde sehen denn wir bilden hier eine bullische karl formation ich hätte ihnen gestern gesagt gehabt dass es meine meinung ist aber noch nicht im chart drin steht dass diese unterstützungszone halten sollte ich konnte nicht sagen ob jetzt direkt hier die 1,190 hält oder ob wir noch ein bisschen tiefer gehen wollen aber dass wir hier mit der trendlinie eine gute chance haben und das was ich gedacht habe das passiert dann im anschluss auch im markt wir bilden hier diese bullische karl formation ich hätte ihnen gesagt wenn der über die 12,02 geht dann richter dann läuft er in richtung 12,10 und falls er das per stundenschlusskurs mit der 200 stunden linie aus dem weg räumt dann kann er nämlich eine fortsetzung der bullischen bewegung machen das hat alles gepasst indem man nämlich das nicht geschafft hat und zurückgekommen ist und da muss ich noch ehrlich sagen da habe ich aber gedacht naja also wir konsolidieren hier so ein bisschen rum und dann brechen wir diese linie und dann ist es doch eher wahrscheinlich dass hier diese horizontale zone psychologische zu erfunden halten sollte passiert nicht der markt kommt wieder zurück wenn diese unterstützende trendlinie bei 1.185 nicht halten sollte weiß ich nicht ob dann die 79 dann ist es eher wahrscheinlich dass man sich in richtung 68 bewegen werden die karl formation spricht ja fürs potenzial dass wir nach oben laufen aber selbst wenn es bärisch aufgelöst werden sollte bleibt das übergeordnete bild bei gold unverändert nämlich dass wir hier was wir auch gestern miteinander besprochen haben ich zeige es noch mal ganz kurz über die stunde hier mit dieser v formation die sehr stark stattgefunden hat dass der markt hier irgendwo unterstützung findet und dann wieder nach oben abdreht falls diese bundesche karl formation bärisch aufgelöst werden sollte was wir heute gemacht haben ist wir sind gelaufen 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 und haben genau hier an dieser widerstand zone um die 12 11 widerstand gefunden der markt kommt wieder zurück wir haben eine verkaufsformation in das doch hast du ein fall des momentum passenderweise hier auf der falschen seite der gleitenden durchschnitt der 20 und 50er ich hatte das gestern beim dax gesagt gehabt als der dax es geschafft hat von 92 auf 95 zu steigen hatte ich gesagt der muss jetzt das nicht halten aber die tatsache dass der markt stärke gezeigt hat ist trotzdem hilfreich auch wenn er fallen sollte der ist dann dank frau jelen glücklicherweise einfach weiter durchgelaufen und bei gold ist es ähnlich jetzt haben wir zwar diese stärke die in den markt gekommen ist wieder abverkauft und dennoch ist die tatsache dass der markt es geschafft hat hier durch diese widerstände schon mal durchzugehen hat diese widerstände geschwächt die kerze als solche ist mehr bullisch als das siberisch ist es ist eine sogenannte umgedrehte hammer kerze eine hammer kerze hat einen zweieinhalb bis dreieinfachen schatten nach unten hat einen ganz kleinen körper ist egal ob der körper weiß oder rot ist und entsprechend hat der umgedrehte hammer der ist umgedreht was nicht so ganz passt normalerweise muss der umgedrehte hammer am ende eines ausverkaufs kommen so wie hier oder hier hier ist es so am ende eines pullbacks eines möglichen und deswegen passt die kerze nicht ganz ist aber trotzdem mehr bullisch als dass sie iberisch ist schafft es der markt diese bullische kaltformation bullisch aufzulösen insbesondere aber auch hier durch diese widerstandszone zu gehen weil diese linie diese langen oberen schatten hat also diese zone um 12 12 auf der bullischen seite zu überwinden dann hat er nämlich potenzial in richtung 12 28 12 30 zu laufen und das sind dann aber auch größere widerstandszone auch 12 45 könnte er machen wenn er in einem durchgehen sollte wenn er diese widerstände aus dem weg räumen sollte im ersten anlauf hatte eine sehr gute wahrscheinlich dass er noch einmal hier in diese zone wieder zurück kommen wird und dann werden wir gucken welche stärke der hat und ob der noch mal potenzial hat hier in richtung der fallenden 200 tage linie zu laufen das ist im bereich der 12 70 das ist dann die nächste widerstandszone ob wir jetzt die 300er machen werden darüber müssen wir uns heute nicht unter halten ich hätte ihnen gestern gesagt gehabt dass es eher wahrscheinlich ist dass die minen werte jetzt etwas stärker laufen sollten im vergleich zu gold und silber und das passte gestern und das passt auch heute den gdx macht aktuell plus 2,3 prozent also etf des hui mit dieser potenziellen doppelboden formation hatten wir miteinander besprochen gehabt der markt macht jetzt höhere hoch und zeigt relative stärke im gegensatz zu gold hat aber auch mehr abgegeben hat entsprechend auch nachholbedarf wenn man sich silber anschaut dann muss man sagen wundern sich bitte nicht dass so hier einfach nur darstellen dass der markt innerhalb kürzester zeit gekauft verzeihen sie bitte abverkaufen wieder gekauft worden ist ich nehme es nochmal wieder weg wir laufen nach wie vor hier in diesem aufwärts gerichteten trendkanal der mehr bärisch ist als dass er bullisch ist die tatsache was hier stattgefunden hat sorgt dafür dass man sagen muss der markt ist mehr bullisch falls wir hier unter diese zone mit dem tief unter der 15 50 fallen sollten hat der marktpotenzial über die stunde warten sie bitte nach unten zu laufen in richtung dieser schatten also 50 50 wenn er das bärisch aufgibt dann hier 15 dollar marke und vielleicht sogar 14 40 abzuarbeiten wir sagen ja panikkurse werden abgeholt wenn diese unterstützungen halten dann hat der marktpotenzial eine bullische bewegung zu machen ich finde es bei silber nicht ganz so sauber von der formation das wären dann die ziele auf der oberseite ebenfalls in richtung der 200 stunden in richtung 16 60 und darüber hätte der marktpotenzial in richtung der 17 dollar marke zu laufen ich finde es deswegen schwieriger bei silber weil selber auch stärker gefallen ist und hier in dieser gegenbewegung aufgrund der stärke in der gefallen ist auch nicht so eine saubere formation bildet wie das zum beispiel beim gold der fall ist gestern hatte ich ihnen gesagt gut jetzt ist er gerade umgesprungen das ist aerob gasolin gut bei guter hatten wir gestern miteinander darüber gesprochen gehabt dass der markt hier moment mal so vielleicht nehmen wir mal eine trendlinie weg und belassen die andere dass der markt hier eine trend begrenzte linie bullisch aufgelöst hat wieder zurückgekommen ist im bereich der horizontalen markt ist und das potenzial hat hier in richtung da war der nämlich noch im bereich von 60 dollar fällt ja ganz schön stark dass er in richtung der 200 stunden linie laufen kann kommt er nicht ganz hin wenn man das getradet hat muss man natürlich sein stop loss anpassen sagen oh guck mal lange obere schatten könnte ein kleinerer doppeltop sein stop loss anpassen gab es trotzdem was so und ich hätte ihnen gesagt für uns weniger interessant sondern für uns eher interessant dass wir den kanadischen dollar auf der bullischen seite traden was auffällig ist auch klut hat ja ein etf und sie wissen ich gucke mir mal gerne volumina bei den etfs an und wenn man sich hier us o anschaut also united states oil fund das ist der am stärksten getradete etf in den staaten schauen sich mal an was so die beiden letzten tage an volumen reingekommen ist das ist sie kennen es wenn sie immer wieder unsere ausgaben verfolgen eher ein anzeichen dafür dass die kleinen anleger komplett panisch werden und schmeißen aber auch kaufinteresse gibt wenn der markt sich nicht von der stelle bewegt offensichtlich kommen institutionelle in den markt das heißt aber nicht dass das der boden ist der kann noch ein bisschen nach oben laufen das ist jetzt viel nach oben gelaufen aber wie auch immer da können die die hier gekauft haben zum beispiel schon wieder entladen haben und dann kann der tieferes tief machen oder die institutionellen lassen den ganz bewusst noch ein bisschen tiefer fallen damit noch mehr leute aus dem programm rausgespült werden und dann kann der vielleicht weiter steigen also volumen ist ein zeichen dafür dass die bären müde sind volumen ist kein must have dass der markt jetzt steigen muss wenn man sich das nämlich anguckt k und d linie nach nach wie vor umeinander geschlungen unterhalb der 20er auch das gleiche im wochenchart wenn man sich das hier anguckt was der markt für einen hässlichen ausverkauf gemacht hat ja der kann einen pullback machen ich würde es aber nicht über den tag sondern wie gesagt über diese kleineren zeiteinheiten wenn dann über die stunde schaden wichtig ist mir dass ich ihnen mitteile dass wir am wochenende ganz regulär eine rohstoff tages ne wochenende ausgabe haben werden und dann 22 23 montag dienstag kann es sein dass es eine ausgabe geben wird entweder einer rohstoff sektion oder einzelwerte sektion oder ich mache jeden tag eine ausgabe oder ich packe in eine ausgabe zusammen ich weiß es nicht ich möchte mir diese freiheit rausnehmen das dann ganz spontan zu entscheiden ob ich lust darauf habe oder nicht zu wissen ich bin sonst immer und jeden tag und sehr gerne auch für sie da und das ist dann einfach der vorteil eines selbstständigen sagt okay ich möchte jetzt ein bisschen abstand gewinnen ich freue mich auf die zeit mit der familie morgen gehen wir baum kaufen ich bin schon ganz aufgeregt und es ist einfach schön wieder mehr zeit mit der family zu haben und es ist auch gut für den für einen aktiven händler mal wieder abstand von der börse zu gewinnen möchte mich nicht zwischen den feiertagen oder vor den feiertagen dann zum zum sklaven von irgendwelchen ausgaben machen sondern möchte wirklich die familie in den vordergrund stellen zwischen dem 24 28 machen wir keine ausgabe in mir ist durchaus bewusst dass am 26 amerika gehandelt werden wird und ähnlich möchte ich das auch zwischen den feiertagen halten halten 29 30 montag dienstag gibt es entweder dann an einem der tage eine mischmasch ausgabe oder ich mache jeden tag eine ausgabe je nachdem wie es zeitlich passen wird und dann sind wir wieder zwischen dem 31 und dem vierten wieder nicht für sie da und ab dem fünften januar geht es wieder wie gewohnt hier an dieser stelle weiter alle offenen positionen über die trägerliste passe ich an guckt mir das auch gerne an werde aber keine neuen positionen mehr eröffnen sondern diese position auslaufen lassen respektive wenn sie dann weiter laufen auch über die feiertage dann ins neue jahr mit rüber nehmen sie merken ich bin schon so ein bisschen in der vorweihnachtsstimmung obwohl noch einiges zu arbeiten ist und ich erinnere mich noch sehr gut an meine zeiten hat sich in der klinik war ja da musste man entweder weihnachten arbeiten oder silvester und es war auch immer sehr viel zu tun weil sehr viele auch zum glück zu hause geblieben sind und mit den familien zu sein und wie gesagt das ist vielleicht der kleine vorteil den ich als selbstständiger habe und sagen kann okay ich möchte hier zum feste familie die familie in den vordergrund stellen und nicht die rohstoff tages ausgaben oder die einzelwerte ausgaben und vortragsausgaben wird es in der zeit definitiv keine geben ich danke ihnen ganz herzlich für ihre aufmerksamkeit möchte es aber nicht versäumen ihnen zu sagen dass es gut tut wenn man sein risiko kennt wenn man weiß wie viel man im schlimmsten falle jetzt gerade an der börse verlieren kann da kann man viel besser schlafen da kann man sich viel besser auf die familie konzentrieren da kann man auch viel viel besser die feiertage genießen und das geht nur dann wenn sie mit einem stop loss arbeiten wenn sie keinen stop loss haben dann wissen sie gar nicht wo sie aus diesem trade rausgeht und deswegen ist das was ich für mich gelernt habe dass ich immer wann immer ich trade mit einem stop loss trade bitte traden sie wann immer sie traden mit einem stop loss bleibt mir nur noch ihnen zu sagen mein name ist hamadis nashari und ich wünsche ihnen dass sie hoffentlich alle 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 gesund bleiben und wenn sie mögen bleiben sie informationstradern doch bitte gewogen